Nummer 5. Dieses Technovita Laufband Valkal One YF30 ist ein Produkt mit einem einzigen Schwungrad von 3,5 kg und hat ein Gesamtgewicht von 27 kg. Über den Drehknopf können Sie acht verschiedene Widerstandsstufen einstellen, wobei die Neigung bei einer leichten Steigung fixiert bleibt. Auf dem LCD-Display sehen Sie Zeit, Geschwindigkeit, Distanz und Kalorien. In geschlossenem Zustand nimmt er wenig Platz ein, nur 37 für 41 für 126 cm und lässt sich dank bequemer Räder leicht bewegen und zusammenklappen. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4. Dieses Magnetlaufband wiegt nur 8 kg und kann bis zu einem Maximalgewicht von 110 kg tragen. Die Höhe des vorderen Stützlenkers kann zwischen 110 und 130 cm eingestellt werden. Es hat zwei Neigungsstufen von 15 und 20 Grad, jedoch kann man den Widerstand des Bandes nicht erhöhen oder verringern. Es verfügt über ein wesentliches LCD-Display zur Anzeige von Zeit, Geschwindigkeit und Kalorien. In geschlossenem Zustand misst es nur 52 für 20 für 110 cm, nimmt nur sehr wenig Platz ein und ist dank seiner kleinen Räder leicht zu transportieren. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3. Das Magnetic Walk-Laufband hat dank der zwei Schwungräder von je 3 kg eine gute Stabilität. Der Gang ist sanft und die Intensität kann entweder durch Veränderung der Neigung auf zwei Ebenen oder durch Drehen des Widerstandsrades eingestellt werden. Es verfügt über ein LCD-Display, auf dem wir die wichtigsten Parameter überwachen können. Es handelt sich um ein zusammenklappbares magnetisches Laufband, das im geschlossenen Zustand wenig Platz beansprucht. 45 für 65 für 124 cm. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Dieses magnetische Laufband für das Gen hat Kompaktheit als seine Hauptstärke. Sie können die Trainingseinheiten auf acht verschiedene Intensitäten einstellen. Zeit, Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und Herzfrequenz können nacheinander auf dem LCD-Display angezeigt werden. Ihre Schläge werden von manuellen Handpulssensoren aufgezeichnet. Es hat eine Metallstruktur, wiegt nur 21 kg und hat eine doppelte Schwungmasse von 6 kg. Es schließt sich im Handumdrehen und lässt sich dank der Räder an der Basis leicht verstauen. Seine Abmessungen im geschlossenen Zustand betragen 28 für 62 für 123 cm. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1. Das Diadora Fitness Evo ist ein zweites magnetisches Laufband ohne Motor, robust und innovativ. Es verfügt über acht Widerstandsstufen und drei Neigungsstufen des Bodens, die manuell mit Hilfe von Rädern an den Seitenarmen eingestellt werden können. Die Handpulssensoren überwachen die Herzfrequenz, die zusammen mit Zeit, Strecke, Geschwindigkeit und Kalorien in Echtzeit auf dem LCD-Monitor sichtbar ist. Mit den praktischen Transportrollen können Sie es leicht verschließen und in einer Ecke Ihres Hauses aufbewahren. Tatsächlich betragen die Abmessungen im geschlossenen Zustand. 64 für 36 für 140 cm. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.